Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich muss das Mikro ein bisschen ausrichten. Ich stelle euch jetzt das Update 0.3.0 für die Minecraft Alpha Version auf dem iPad vor. Also Minecraft Pocket Edition 5,49€ im App Store. Ich zeig dir jetzt einmal. Ich wurde eben gerade noch ein bisschen gestört durch meinen Bruder, der mit einer Pistole reinkam und auf mich geschossen hat. Ich weiß, also keine echte, eine Software. In dem neuen Update kann man im Inventory craften verschiedene Sachen. Zum Beispiel ein Crafting Table. Ich habe den jetzt hier schon, weil das eine Video eben, da habe ich das eben gerade alles gemacht. Jetzt kann ich hier Kabels und Slabs machen, Brick Slabs. Man hat davon eigentlich unendlich und kann das trotzdem irgendwie nicht machen, weil man hat unendlich halt. Ich muss aber die irgendwie hinbauen, so, und dann wieder abbauen oder so. Und dann wird im Inventory angezeigt, dass man einen hat oder so. Ja, wenn ich den jetzt hier einmal abbaue, so, dann wird da irgendwie angezeigt jetzt hier, dass ich einen habe. Einen, drei. Naja, dass ich jetzt einen habe, das geht dann immer weiter, so. Wenn ich jetzt hier noch zwei hinbaue und die beide abbaue und da jetzt irgendwie hinlaufe, dann kann ich das auf einmal immer noch nicht craften. Naja, das ist halt noch ein Bug, genauso wie das hier. Zweimal das Fackelding ist. Und das Zucker, used in the cake reside, ähm, Kuchenrezept benutzt. Es kann, man kann hier keinen Kuchen craften, also ist das unnötig. Genauso wie Schüsseln, man kann kein Mushroom Stew craften, also ist das unnötig. Man kann aber, ähm, jetzt Bücher machen, äh, Maps, Maps kann man hier nicht machen, nein. Also Paper, daraus kann man Bücher machen und daraus Bookshelves. Das kann ich jetzt noch nicht machen und so, ich könnte es jetzt machen, aber... Und hier das Zeug, Stone Slabs aus Cleanstone. Cleanstone kann man, glaube ich, man kann ihn nicht machen, weil man ja noch keinen Ofen hat. Und es gibt auch keine Truhen. Das ist etwas sehr merkwürdig. Naja, ich beschwere mich jetzt nicht, man kann Türen machen. Ähm, vorher auf den Pilzen hatte ich eine verschiedene Pilzsache, aber ich kann kein Mushroom Stew machen. Ähm, auch nicht, wenn ich eine Schüssel jetzt crafte, dann habe ich jetzt vier Schüsseln im Inventory. Ich meine, was bringen die mir? Nichts. Naja, ähm, meine Empfehlung ist, kauft es euch nicht, kauft euch lieber Mindbuilder. Für... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.